Hallo Kamil? Ja, Lehrer Max? Ich bin auf dem Campus. Was, auf dem Campus? Ja, im Schrank drin. Was, im Schrank? Was machst du denn da? Holt mich hier raus, ja? Freut euch nicht zu früh, ich komme wieder. Wir werden dich vermissen, Lehrer Mini Hulk. Mach's gut. Leute, unser Lehrer verhält sich irgendwie unangemessen. Lasst uns abstimmen, wer gegen Mini Hulk ist, okay? Ich bin gegen ihn. Und ich auch. Ich finde es ziemlich seltsam, wenn ein Lehrer Jugendlicher um Geld bittet. Deshalb bin ich auch gegen Mini Hulk. Er hat unsere Pizza mitgenommen. Und wir sind hungrig geblieben. Und er hat mein Handy mitgenommen. Ja, er ist echt komisch als Lehrer. Deshalb sagen wir, wir sind gegen Mini Hulk. Und er hat mir einfach meine Freundin Laura ausgespannt. Deshalb zur Hölle mit Mini Hulk. Molly und Molly, was ist mit euch? Es ist uns egal. Hey, vielleicht überlegt ihr es euch anders und stimmt gegen ihn? Okay, wir denken drüber nach. Er sagte, ich sei nicht mehr die Campusverwalterin. Das werde ich ihm nie verzeihen. Deshalb bin ich gegen Mini Hulk. Keiner gibt es einen Tag von Kofi.